Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online heute zusammen mit Maudado, Zombay und der Spalette. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Der hinter mir sucht jetzt irgendwie ein bisschen Stress, ne? Was ist das für ein Auspuff? Das sind vier Auspuffe und nach rechts und links. Ja, der Wagen ist allgemein etwas mehr. Oh, Zug, 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 Zug Hacker Folge. Ist das etwa Weihnachten? Das ist der Weihnachtstransporter. Da sind die ganzen Geschenke drauf. Warte mal, ich fahr mal. Kannst du etwas mit dem Zug anstellen? Der Zug ist echt schneller, oder? Der Zug ist schneller, Mann. Der Zug ist schneller. Ist das etwa der... Das ist der Weihnachtstranspruch, steig auf. Der Wagen hängt. Der Wagen hängt. Ich komm nicht rein. Nein! Das ist mal eine Sekunde-Affkau und hier ist alles verloscht. Der Zug ist schneller. Ich will doch mit... Ja, er sagt, er kann einiges mit dem Zug machen. Oh, oh. Warte, lass mich erst mal drauf. Draufer. Draufer. Lass mich ja erst einmal drauf. Draufer. Hallo, Weihnachtsmann. Hallo. Hallo, kennst du schon mein Messer? Nein, ich möchte dich nicht kennenlernen, aber danke. Kennt ihr mein Messer? Ja, kenn ich sehr gut. Ja, ich weiß. Hier mal, warum geschieht hier nichts? Irgendwie ist er tot. Warum geschieht hier nichts? Ey, hör doch auf, Mann. Hör auf. Benimm dich doch mal, Rudolf. Ja, ich bin echt tot. Benimm dich, Rudolf. Oh, Mann. Rudolf, red nose, reindeer. Nein, ist das auch noch. Hey, shiny nose. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Trifft dich das? Ich weiß, warum nichts passiert. Na? Weil er weg ist. Ich bin in der Lobby. Oh. Mit dem Zoo kann ich so einiges machen. Tschüss. Guck mal, wenn wir Schäden laufen, bleiben wir einfach stehen. Ich kann einen Trick. Guck mich an, guck mich an, guck mich an. 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 Warum, Rudolf? Okay. Ich will zu gern auf dir rumreiten. Also, im Spiel. Ja, ja, klar. Aua. Leute, tschüss. Tschüss. Ja, endlich ist er weg. Er dreht sich. Und ein Crash noch den anderen. Oh, hast du da Benzin? Ja, guck mal, mein nächster Trick. Mein nächster Trick. Oh Gott. Ich kann dir ja gerne helfen, aber es ist echt nicht gesund. Was? Ich habe auch zufälligerweise sowas. Oh, ach so. Oh, zoll mal, komm mal rein. Ja, hier ist nichts. Keine Angst. Wir haben einen Waggon für dich reserviert. Ja. Ah, nein. Nein, Rudolf. Guck das Benzin weg. Ich kann nicht aufhören. Hör auf. Nein. Wie geil das Kippen aussah. Ja. Wo ist mein Waggon? Oh. Ja. Das ist schon verbraucht. Also, ich kann nochmal einmachen. Warte nicht, ich mach's wieder. Da. Und jetzt musst du rausgehen, weil sonst tut's weh. Thomas ist er jetzt wieder da. Hat er gerade geschrieben. Dann leg mal los. Bin gespannt. Hey, yo. Was sagt er endlich wieder auf den Zügen? Aua. Die Zuschauer lieben den. Ja. Nein. Er steht da. Noch passiert nichts. Ja, er programmiert gerade. Na ja, er heckt sich rein. Die Matrix. Er sieht sie. Er spürt sie. Boah, mein Gott. Pallone, du musst einfach nur davor stoppen und dann hochkommen. Nein, ich will mit dem Auto. Geh mal vom Zug runter, okay? Ja, warum? Ja, bin ich. Ah, nur er macht neun. Einen, den man fahren kann? Als ob. Als, ja, er fährt ihn. Er ist drin. Was zur Hölle? Ähm. Jetzt ist er wieder ganz langsam. Oh, 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 oh. Ja, ich hab einen Unfall. Crash. Geht das? Nee, nee. Oh, Gott. Ich bin unten. Ich, ich, ich. Ich fall hier runter. Oh, mein Gott. Das ist viel zu schnell. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Oh, Gott. Oh, Gott. Was macht der denn? Ich fahr hier rauf. Ey. Ich bin unten. Ich fahr noch drauf. Lass uns mal drauf. Und dann in die Hocke. Und dann mach so schnell du kannst. Alter. Ja, das ist schnell. Wie er zittert. Nein, 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 nein. Junge, was? Und er kommt wieder rückwärts. Ey, was ist denn los? Der kann einfach sich rückwärts legen. Warum war das so? Hä? Was? Der ist jetzt ein Zug im Zug. Ey, das ist die beste Zugfolge. Ein doppelter Zug. Als der Zug den Zug angriff. Ja. Da er kommt. Boah, Alter. Da darfst du eigentlich den Weg stehen. Wie schnell er auch stehen bleibt. Okay, man darfst dich nicht bewegen. Mehr. Okay, ich bewege mich gar nicht. Ich meine, gerade habe ich mich auch gar nicht bewegt. 60 geht noch klar. 60 ist echt angenehm, ja. Oh, oh. Manuel bugt bei mir jetzt ein bisschen. Bei mir? Nee, nee, bei mir ist alles in Ordnung. 70. Manuel macht Russen hocke. Oh, ich, ja, 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 ich perle ein bisschen ab von dem Zug. Und ich. 80 ist böse. Oh, ich bin im Zug reingeglitscht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh Gott. Alter, ich bin gerade gesprungen auf. Lol. Hilfe. Nein, hör auf. Hör auf. Bleibt hier mal außen stehen, die Rase mit 1000 kmh. Ähm, warte. Kann ich nicht in den Zug und du heftest dich an mir? Ah, Zug im Zug, Zug im Zug. Oh, ja. Oh Gott, dass ich das zweimal sehe. Ich will da rein. Ich bin da, ich bin auch drin. Ich will auch noch rein. Nein, au. Ja, Zombie, wo bist du? Oh nein. Da bist du ja. Zug, Zug, Zug. Den umzubringen hat sich überhaupt etwas gebracht. Ja. Oh, wow. Ja, den Zug im Zug. Geh in ein Auto. Äh, ich hänge fest. Ich gehe jetzt an den Zug. Oh, lol. Ja. Oh, da können wir alle rein. Kannst du einen Viererwagen hier hin porten? Warte, da vorne ist doch ein Auto. So, ich bin drin. Das ist Pürsten, hier ist Rudolf, Paluten und Manu sitzt irgendwie vorne drin. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, ob das geht. Bleib drin, ja? Machen wir mal. Okay, Papi. Hä? Ich bin drin. Oh Gott. Ich sehe... Äh. Oh mein Gott. Ich sehe absolut nichts. Ich sehe absolut nichts. Ich müsste in die Ego-Perspektive, ja. Okay. Ich sehe die ganze Web so. Ich sehe Tau... Ja, das sind die Tau... Ja, das wird so vorspulen. Was zur Hölle, ja. Werde ich jetzt gebannt? Auf der Minimap sieht es richtig cool aus. Ich finde es interessant, dass es im Grunde genommen nicht ruckelt. Also so in dem Sinne, dass die Framerate nicht einbricht, aber es ist halt einfach alles so... Ja, aber weißt du, wo es ruckelt? Gerade vorhin hatte ich einen komischen Unfall mit meinem Motorrad und habe dadurch super viel Staub aufgewirbelt. Und das hat dann echt den PC zum Längen gebracht. Aber das sind nicht. Warum auch immer. Grüßt Leute, ich bin ausgestiegen. Wo seid ihr? Vielleicht schon auf der anderen Seite. Ja, aber er ist ja auch mal geschrieben. Das muss unten drauf. Gehst du, geht. Alter, öffne mal die richtige Map. Öffne mal die richtige Map. Was ist das denn? Fahr mir das Move? Nee, auch nicht. Das sieht ja gestört aus. Okay, wo steigen wir aus? Wir können versuchen gleichzeitig auszusteigen, okay? Oh. Hä? Oh, jetzt, okay. 3, 2, 1, go. Oh, ich bin draußen. Ich bin auch draußen. Relativ nah. Alter, was? Wo seid ihr? Der Looten ist halt richtig weit weg von euch. Hä? Hä? Einer ist da noch da drin. Ah, der Zug. Achtung. Hat er dich angefahren? Er hat mich überfahren. Liebst du noch? Nein, er hat mich mit 1000 kmh überfahren. Ja, und? Ach, da ist der Zug. Dann bin ich auf die Gleise drauf. Na, mach ich. Hey. Oh nein. Oh, nee. Als ob. Der ist mit zwei kmh über mich gefahren. Ich bin gestorben. Kannst du vielleicht die Welt sprengen? Scheinbar nicht. Kopfschüttel. Warum lachst du? Oh. Oh. Oh, nee. Ah, das ist so nervig. Augenrollen. Ja, ich kann fliegen. Nein. Oh, Mann. Davon muss ich doch kotzen. Hä? Hä? Oh, Gott. Gott, was? Du schießt auf mich. Keine Ahnung. Hallo? Ey, ich hab's überlebt, ne? Und dazu gibt's 1000 kmh wieder. Oh, der ist ja... Meinen. Oh, Gott. Okay. Boah, das tut ja weh in den Augen. Alter. Nein, der Fallout. Ja. Sieht aber schon ganz geil aus. Da wieder der Säure-Regen. Oh, lecker. Ich mag mein Säure-Regen. Maledö, steck ein. Maledö. Komm, wir mal eine Party. Sehr gut. Aber wo ist der andere? Hä? Oh. Da ist er. Da ist er. So, er hat uns hergeportet. Cool. Steck ein. Guten Tag. Bin drin. Was macht das? Stecken sie ein. Warum ist der Himmelgrün? Flieg mal so hoch du kannst. Wegen... Weil du mit Autos fährst. Und in dem Himmel ist Regenbogen. Ja. Warum hast du das so, wie du kannst? Danke. Geil. Nice. Das ist Spannung pur. Alter, das habe ich noch nie gesehen. Da fand ich meine Idee aber spannender. Also, das habe ich noch nie gesehen, oder? Kann man manuell schalten ohne Hex? Nee. Also, ich finde das gut gerade. Das ist gerade mein Lieblingspart an dem ganzen Video. Warum? Ja, guck mal, Hanu, wie langsam wir fahren. Mein Lieblingspart ist die Burger-Maske von Manu mit seinem... Oh Gott, nein. Das ist nicht der erste Gang. Das ist nicht der erste Gang. Mama, schneller. Oh, Mama, komm mal. Ich bin... Oh. Ach, die Dumme. Ich fliege so gerne. Ich glaube, ich habe keinen Fallschirm dabei. Ja, meint's ich? Warte, ich gucke mal, ob ich keinen Fallschirm dabei habe. Habe ich einen Fallschirm? Ich habe einen Fallschirm. Ich bin rausgesprungen. Hallo, warum? Ich wollte alle zusammen... Ich wollte wissen, ob ich einen Fallschirm habe. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Wollen wir alle zusammen jetzt raus? Gleichzeitig? Ja? Also, du und Paluten? Ja. Wollen wir denn du nicht? Ich bin schon vor zwei Minuten raus. Eins. Go. Ja, guck, Poli. Alter, fällt man lange. Guck mal, Mängel, da. Ich bin ganz nah. Wo bist du? Ich habe keinen Fallschirm, scheinbar. Ich auch. Ich falle einfach... Ich falle auch unkonsolidiert. Oh Gott, kann mir noch einer eingeben? Ich sehe dich da hin. Aber ihr fallt echt lange, Leute. Ihr fallt echt lange. Ey, das sieht ja so dumm aus. Rette uns. Bitte. Alter, wie lange ihr fallt? Wir haben keinen Fallschirm. So richtig unvorsichtig. Lol, wie? Oh, oh. Ich fall ins Wasser. Ja, ich auch. Ich könnte es überleben. Nein, das überlebst du nicht. Doch. Doch, hier in dem Spiel schon. Doch. Ich schaffe das. Oh nein, Poli. Ich schaffe das. Schaffst du es? Gleich bin ich da. Nein. Ich sehe das Wasser. Oh, oh, oh. Ich bin tot. Ich lebe. Ich lebe. Aber er ist tot. Der Hecker ist tot. Ich habe es tatsächlich überlebt. Ja, komm her. Ja. Ich glaube, ein Geschenk für dich. Du hast auch Meister. Stich. Ich glaube, ich schwimme einfach nach unten und lasse es geschehen. Nein, Manu, 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 bitte. Doch, ich tauche. Nein, ich rette dich. Ich bin Rettungsschwimmer. Komm her, Ariel. Ich bin jetzt da und er hat mich nicht gerettet. Oh, okay. Hallo, ich bin jetzt da mit dem Helikon gekommen. Oder ich nehme dich mit. Kannst du mir mal deinen Propylos zeigen? Das siehst du doch. Nee, zeigen. Warte mal, ich teste mal was. Oh, geht nicht. Junge, steck einfach ein. Ich will doch nur was testen. Lass mich doch mal kurz was testen. Willst du nicht bei mir einsteigen, Palette? Ich habe ein neues Auto. Ich komme da nicht hoch. Ah, der ist aber schick, Mausado. Der ist weg. Der Typ checkt uns auch genau dieselben SMS. Kannst du einsteigen? Ja, okay. Wusste nicht, dass das geht. Kein Problem. Wir sind jetzt fahrvolle Lutsche in die beiden anderen Lappen rein. Das sind aber drei Lappen. Sag mal. Dim, 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 dim. Du, du. Warum hast du das getan? Ach so. Ich bin da rausgeschrieben. Ich bin wieder mit uns irgendwo hin. Weißt du, die in der Limo und wir im kalten Wasser. Ich komme zu euch. Ich soll den Kreislauf stärken. Du kommst nicht zu uns? Okay. Das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen. Warum hat der eine unsichtbare Warte um sich? Hat der? Die testet mal aus. Nee, ich habe nicht. Ja, die Limo, aber ich komme nicht zur Limo hin. Ach so. Hä? Yo. Was? Ich habe die unsichtbare Wand ge... Oh, nee. Hä? Bist du da irgendwie hinten? Nein, warum brennen? Ja, hör. Also, wir haben den gesprengt, weil der gehackt hat. Wir sind nämlich auf der Seite von Rockstar, natürlich. Aber jetzt wirst du weggehackt. Nein. Nein. Was ist das da? Das ist süß. Ich bin auf seiner Seite. Da bin ich. Nein, ich tanze nackt. Hier, guck mal. Ich gucke auch vor dir. Ja, nice. Hä? Ah. Hittig. 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 Was hier tanzt mit meinem Klon? Oh, je. Kann ich auch mit tanzen? Oh, je. Ups. Ey, bitte. Aua. Können die mal erschießen? Uppala. Ja, das wollen wir. Die Tanzenen? Die Tanzenen? Oh Gott, ja, ja. Ich habe gerade Polizei. Die bringen mich um. Aua. Ich glaube, das sind keine Menschen. Ah doch, das sind Menschen. Das sind keine Menschen. Jetzt liegt er neben mir. Er steht wieder auf. Ich habe auch tanze, Tacos. Ja. Taco-Tanz. Taco-Tanz. Ach, komm nebeneinander. Tanzen. Ja. Rudolf. Red Nose raining. Ach, bei dir auch. Wie geil sieht der Maudado aus. Er rennt weg. Nur Maudado-Scroom. Meine Rentiere, nein. Ja, blöd, ne? Bei Rollen, guck mal, die Seite. Wihihi. War ich da aus, Tacos? Ja, ich habe auch jetzt welche. Ja, einen habe ich. Oh, den Echt, der hat gerade fast erschossen. Nur der grüne Haare. Der von Palette. Der wie immer, die Klone. Aber wenn du meine, meine gerade nicht. Das ist so eine Burger-Maske, Junge. Ach, stimmt. Ich kann jetzt vergessen. Ich tröte hier eine Maske. Aua. Äh. Autsch. Nein, ihr habt Manu erschossen. Ja. Rache. Oh, ne. Ich räch mich nicht. Das ist so. Hass führt nur zu mehr Hass. Das war wirklich eine wunderschöne Botschaft, Maudado. Deswegen schütt immer Hass. Frohe Weihnachten euch allen. Deswegen sagt er mal, ich hasse das Spiel. Weil er mehr Hass will. Ach so. Oh, ja. Okay. Dann schaut in die Videobeschreibungen. Da sind alle verlinkt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Bis dann.